Musik Also, Lissandra sagt, sie braucht Willem, um die Welt zu retten. Sie wollte wissen, ob ich Willem dafür opfern würde. Aber es kann nicht so einfach sein, oder? Das geht nicht. Was hat Braun gesagt? Kein Problem hat nur zwei Lösungen. Es gibt immer eine geheime dritte Lösung. Ich bin mir nicht sicher, was die geheime dritte Lösung sein soll. Aber ich weiß, dass ich sie finden muss. Das Gesicht ist bei unserer Mutter. Nichts überrichten. Diese Wächter versperren den Weg. Alles ist ruhig. Nichts brechen. Zu Ehren Lissandras. Zu Ehren Lissandras. Nichts zu berechnen. Nichts zu berechnen. Nur haben Sie einen Ungeziefer. Ah. Was ist das? Was ist das? Ich hab was gehört! Alles ist ruhig! Hey! Ich hab was gehört! Ich hab was gehört! Alles ist ruhig! Was? Was ist das? Nichts zu berichten! Da war nichts! Ich hab was gehört! Hey! Das ist eine große Kette! Aber sie bringt mich nach oben! Das ist eine große Kette! Das ist eine große Kette! Das ist eine große Kette! Oh-oh! Mit Willem wäre das viel leichter! Nur noch ein Stück! Stimmt! Vorsicht! Oh-oh! Da! Da ist Willem! Ich muss ziehen! Jetzt! Zufall! Schnell! Ich muss gehen! Nunu, einfach tief durchatmen. Du schaffst das schon. Na los, Nunu. Sei wie braun. Furchtlos. Aus dem Eis geboren. Und ins Eis kehren wir zurück. Aus dem Eis geboren. Aus dem Eis geboren. Aus dem Eis geboren. Aus dem Eis geboren. Das ist... So traurig. Arme Mutter. Es erinnert mich an... Ich wünschte wirklich Ruhe im Wendetier. Leben nur verschwind. Und... ... Das ist schön. Ich komme, Wille. Wille! Geht's dir gut? Toll! Jetzt muss ich herausfinden, wie ich dich befreien kann. Moment! Willem! Hilfe ist unterwegs! Noch nicht! Aber gleich! Ich muss erst irgendwas machen. Oh! 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 Ganz bald sind wir wieder zusammen! Und wo ich kann helfen? Nur noch! Hilfe ist unterwegs! Bin dabei! Ah! 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 Wer ist gefangen? Und wo ich kann helfen? Wann so kennen wir? Wann? Ganz bald sind wir wieder zusammen. Oh, 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 oh. Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ganz okay, Willem? Ich komme nicht ran, Große! Er ist gefangen und wo ich kann helfen! Noch nicht, aber gleich! Ich komme nicht ran, Große! Oh, tolle Idee! Komm schon! Komm schon! Ich komme nicht ran, Große! Komm schon! Komm schon! Ich komme nicht ran, Große! Komm schon! Wuhu! Endlich hier! Aber, aber was jetzt? Klasse Idee! Wuhu! 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 Alles in Ordnung? Geht's dir gut? Das Herz der Blauen ist mir egal! Wuhu! Ich will nur... Wuhu! 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 Wir sind zusammen! Wir sind fünf Monate später auf das Heft geblaschen! Jetzt müssen wir fliegen! ...undrufen! Hm! Wuhu! 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 Wuh hier! Wuhu! Wuhu! Ich glaube, ich versuch's! Wir sind sicher! Ja. Fürs Erste. Das glaub ich dir gern, Kumpel. Wirklich. Also, wie kommen wir aus dieser Hornkopfstadt heraus? Ja. Nicht fein! Der Freibas kriegt uns! Da! Das große Tor ist bestimmt der Ausgang. Wir müssen es nur irgendwie öffnen. Ich komme von hier nicht ran. Ich komme von hier nicht ran. Was meinst du, was das ist? Ein Pendel, oder? Vielleicht können wir es schwingen. Willem, kannst du das schwingen lassen? Schneller! Moment, ich sehe mich hier oben. Willem, hilf mir mit dem magischen Eis! Jetzt ist es leichter! Ach, nach oben! Ja, wir sehen uns beim anderen Käfig! Jetzt ist es leichter! Ich gehe schon! Ich gehe schon! Ich gehe schon! Hast du mich, Osa? Hm. Ach. Oh, oh, oh. Oh, siehst du den Hebel? Genau wie in deiner Zeit. Klapp. Vielleicht müssen wir beide Hebel auf einmal betätigen. Willem, wirf einen Schneepal auf den anderen Hebel. Es hat geklappt. Jetzt ist nichts wie raus hier. Es sind so viele, Willem. Wo bleibt nur eine Lawine, wenn man sie braucht? Machst du gleich das, was ich denke? Ja, Willem. Schnapp sie dir. Los, alle mal abtreten. Nicht so schüchtern. Wie groß kriegst du ihn? Du bringst die Dachl ins Reuen, Willem. Weiter so. Ich sehe auch nicht. Mach einfach weiter. Und los geht's. Das war Spitze. Schneebälle werden so unterschätzt. Hilfe! Beobati! Beobachte fest! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo sind wir? Was immer hier unten ist, wir stehen das gemeinsam durch, oder?